Hurle, burle, butz Ein König verirrte sich auf der Jagd. Da trat ein kleines weißes Männchen vor ihn. »Herr König, wenn ihr mir eure jüngste Tochter geben wollt, so will ich euch wieder aus dem Wald führen.« Der König sagte es in seiner Angst zu. Das Männchen brachte ihn auf den Weg, nahm dann Abschied und rief noch nach. »In acht Tagen komme ich und hole mir meine Braut.« Daheim aber war der König traurig über sein Versprechen, denn die jüngste Tochter hatte er am liebsten. Das sahen ihm die Prinzessinnen an und wollten wissen, was ihm Kummer mache. Da mußt er es endlich gestehen, er habe die jüngste von ihnen einem kleinen weißen Waldmännchen versprochen, und das komme in acht Tagen und hole sie ab. Sie sprachen aber, er soll guten Mutes sein. Das Männchen wollten sie schon anführen. Danach, als der Tag kam, kleideten sie eine Kuhhirztochter mit ihren Kleidern an, setzten sie in ihre Stube und befahlen ihr, »Wenn jemand kommt und will dich abholen, so gehst du mit.« Sie selber aber gingen alle aus dem Hause fort. Kaum waren sie weg, so kam ein Fuchs in das Schloss und sagte zu dem Mädchen, »Setz dich auf meinen rauen Schwanz, hurle, burle, butz, hinaus in den Wald.« Das Mädchen setzte sich dem Fuchs auf den Schwanz und so trug er es hinaus in den Wald. Wie sie aber auf einen schönen grünen Platz kamen, wo die Sonne recht hell und warm schien, sagte der Fuchs, »Steig ab und laus mich.« Das Mädchen gehorchte, der Fuchs legte seinen Kopf auf ihren Schoß und ward gelaust. Bei der Arbeit sprach das Mädchen, »Gestern um die Zeit war es doch schöner in dem Wald.« »Wie bist du in den Wald gekommen?« fragte der Fuchs. »Ei, da habe ich mit meinem Vater die Kühe gehütet.« »Also bist du nicht die Prinzessin. Setz dich auf meinen rauen Schwanz, hurle, burle, butz, zurück in das Schloss.« Da trug sie der Fuchs zurück und sagte zum König, »Du hast mich betrogen.« »Das ist eine Kuhherztochter. In acht Tagen komme ich wieder und hol mir deine.« Am achten Tage aber kleideten die Prinzessinnen eine Gänseherztochter prächtig an, setzten sie hin und gingen fort. Da kam der Fuchs wieder und sprach, »Setz dich auf meinen rauen Schwanz, hurle, burle, butz, hinaus in den Wald.« Wie sie in dem Wald auf den sonnigen Platz kamen, sagte der Fuchs wieder, »Steig ab und laus mich.« Als das Mädchen den Fuchs lauste, seufzte es und sprach, »Wo mögen jetzt meine Gänse sein?« »Was weißt du von Gänsen?« »Ei, die habe ich alle Tage mit meinem Vater auf die Wiesen getrieben.« »Also bist du nicht das Königstochter. Setz dich auf meinen rauen Schwanz, hurle, burle, butz, zurück in das Schloss.« Der Fuchs trug sie zurück und sagte zum König, »Du hast mich wieder betrogen, das ist eine Gänseherztochter. In acht Tagen komme ich nochmal, und wenn du mir dann deine Tochter nicht gibst, so soll es dir übel gehen.« Dem König ward Angst, und wie der Fuchs wiederkam, gab er ihm die Prinzessin, »Setz dich auf meinen rauen Schwanz, hurle, burle, butz, hinaus in den Wald.« Da musste sie auf dem Schwanz des Fuchses hinausreiten, und als sie auf den Platz im Sonnenschein kamen, sprach er auch zu ihr, »Steig ab und laus mich!« Als sie aber seinen Kopf auf den Schoß legte, fing die Prinzessin an zu weinen und sagte, »Ich bin eines Königstochter und soll einen Fuchs lausen?« »Säß ich jetzt daheim in meiner Kammer, so könnte ich meine Blumen im Garten sehen.« Da hörte der Fuchs, dass er die rechte Braut hatte, verwandelte sich in das kleine, weiße Männchen, und das war nun ihr Mann, bei dem musste sie in einer kleinen Hütte wohnen, ihm kochen und nähen, und es dauerte eine gute Zeit. Das Männchen aber tat ihr alles zuliebe. Einmal sagte das Männchen zu ihr, »Ich muss fortgehen, aber es werden bald drei weiße Tauben geflogen kommen. Die werden ganz niedrig über die Erde hinstreifen. Davon fangen die Mittlere, und wenn du sie hast, schneid ihr gleich den Kopf ab. Hüt dich aber, dass du keine andere ergreifst als die Mittlere, sonst entsteht ein großes Unglück daraus.« Das Männchen ging fort. Es dauerte auch nicht lange, so kamen drei weiße Tauben daher geflogen. Die Prinzessin gab acht, ergriff die Mittlere, nahm ein Messer und schnitt ihr den Kopf ab. Kaum aber lag er auf dem Boden, so stand ein schöner Prinz vor ihr und sprach, »Mich hat eine Fee verzaubert. Sieben Jahre lang sollte ich meine Gestalt verlieren und so dann als eine Taube an meiner Gemahlin vorbeifliegen, zwischen zwei anderen. Da müsse sie mich fangen und mir den Kopf abhauen. Und fange sie mich nicht, oder eine Unrechte, und ich sei einmal vorbeigeflogen, so sei alles vorbei und keine Erlösung mehr möglich. Darum habe ich dich gebeten, ja recht acht zu haben, denn ich bin das graue Männlein und du meine Gemahlin.« Da war die Prinzessin vergnügt, und sie gingen zusammen zu ihrem Vater, und als er starb, erbten sie das Reich.